Hallo und herzlich willkommen zu Die Spurgelies Heute erzähle ich eine Geschichte die wirklich wahr ist die Klammern angeblich Heute werde ich erzählen, dass ein Mann ein Wunsch von Lieben und sich zu streiten Ich werde es jetzt mal sehen ein Kurzform Ach, ich kann nicht so gut werden Ich halte es nur ein Kinder Ja... Okay Ich habe dich halb Da! 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 Du musst dich verraten Du musst dich verraten Du musst dich verraten Warum lacht ihr jetzt? Warum lachst du? Ich hab dich geliebt Du hast ein Nippel Ich hab dich geliebt Du hast ein Nippel Dann mach ich doch nicht mit dir, ich schlag ihm weiter Nein! Du! 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 Nippel Nippel